mit den dicken Brummern in der Blister Shuffle von Komet Babypillraketen von Leslie Feuerwerk ohne Knall oben und beide zusammen oder nö. Mach, egal. Schau, ob ich die jetzt drauf bekomme. Kleiner Vulkan aus dem Future Class Sortiment von Leslie. Klasse 1. Eine kleine Packet Cracker Matte von Keller. 20 Stück. Ne, lohnt sich hier hinten. So. Ganz aktuell. Weiter geht's hier mit zwei kleinen Fifi-Pfeifraketen von Pyroat. Richtig. Nr. 2. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 3 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 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 jetzt geht es weiter mit den hit kits von keller und jetzt die drei kevin spiller von nico und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020